kiela ihr lieben und willkommen zurück zu mass effect andromeda wir befinden uns auf unserem ersten außenposten auf volt ok den wir im letzten part errichtet haben und wollen uns jetzt hier so ein bisschen auch umschauen im forschungszentrum ja das mache ich jetzt aber nicht das mache ich dann wenn offscreen modell einer turianischen fregatte sehr schön das können wir wieder in unserem zimmer auf der tempest dann wahrscheinlich bewundern wie tief mussten die bohrtechniker graben sie sind schon bei 30 metern aber bisher hat sich die temperatur noch nicht verändert dieser verfluchte eisball pathfinder willkommen auf dem malerischen volt ich hoffe sie genießen die aussicht im osten eis im westen meereis wenigstens sind sie nicht mehr in der kältekammer oder sehen sie sich um das hier ist eine kältekammer aber ich werde diese eishölle ertragen wenn ich dadurch meine forschung abschließen kann ok etwas forscht er woran forschen sie ich untersuche methoden zur nutzung geothermischer aktivität als energiequelle ob sie es glauben oder nicht die oberfläche von world ist ein labyrinth von aufgeheizten geothermal schloten sie sorgen dafür dass der planet nicht völlig unbewohnbar wird aber nur knapp und sie können das als energiequelle nutzen das hoffe ich die angare machen angeblich etwas vergleichbares aber sie lassen mich nicht in die nähe davon darum bin ich entschlossen allein eine lösung zu finden ich brauche im moment nichts erfrieren sie da draußen nicht was kommst du uns denn jetzt hier so nah wir haben auch hier schon die erste mission wieder bekommen das heißt es nimmt noch kein ende auf volt deswegen ich habe keine ahnung wann wir hier mal zeit haben unser jetzt steht auch die tempest hier unsere kett schild den wir jetzt endlich abgeschaltet haben zu erreichen aber das macht ja nix hier ist aber schön hell das können können wir hier aber glaube ich einfach noch nicht viel hier ist hier sieht es noch etwas provisorisch alles aus luft matratzen auch hier schläft auch jemand und ein behälter ist ja auch gut okay aber auch nichts neues so was wie gehen wir denn jetzt hier eigentlich vor das mal dieses gebäude da hinten an die gebäude ist obwohl wir können erstmal hier reingehen die gebäude sehen ja immer relativ ein ein äh gleich aus sind immer ungefähr gleich aufgebaut diese außen posten hier waren wir da war ja der tourianer mit seinem personal gekommen ist okay das hier ist glaube ich auf erst die medizinische anlage hier können wir uns gehen diese kiste enthält den prototypen eines manuell geführten eisbohrers dann entwickeln sie also eine tragbare bohrmethode clever und ein datenpad brin camper log 478 ella hat die möglichen proben städten auf einen einzigen radius eingeschränkt wir werden zu der städte blablabla und genug proben für ihre test nehmen programmiere gerät mit nav punkt und so weiter kannst du mit diesem chaos irgendwas anfangen analyse läuft anscheinend stand der großteil ihrer daten von einem einzigen nav punkt aktualisiere jetzt okay das heißt wir haben den nav punkt der verschwundenen bohr crew oder wissenschaftler hier gefunden das heißt dann werden wir natürlich dann auch noch anvisieren mal schauen wo sich der befindet auf volt erst mal weiter hier das lager plündern so hier ist aber ist noch recht leer alles hier nicht sind noch nicht alle angekommen offensichtlich so du möchtest nicht mit uns reden dann gehen wir mal rein es scheint allerdings nicht immer dasselbe vielleicht ist es auch noch so leer weil wir noch nicht im gewölbe waren das könnte natürlich sein dass wir hier erst noch mal weiter an der ja an der lebensfähigkeit des planeten schrauben müssen damit das hier voller wird ist vielleicht einigen noch zu kalt hier hinten ist noch ein gebäude jeder das relikt gewerbe ist auch ganz nah ich möchte eigentlich das relikt gewerbe wirklich zum da waren wir glaube ich schon zum schluss machen so jetzt habe ich ihm ein bisschen die orientierung gerade oder sieht gerade genauso aus wir waren da eigentlich noch nicht drin ich weiß es nicht hier waren wir hier ich glaube nicht denken sie sie könnten mir ein paar zusätzliche konverter besorgen die nexus hat letzte woche eine ladung nach eos geschickt aber ich werde sehen was ich machen lässt danke ich schulde ihnen was okay hier sind auf jeden fall mal händler da ist ja unser pathfinder captain blake sagt sie dürften auf jegliche tag zugreifen die ich auf lage habe ich habe übrigens ihre nomad gesehen wie ist das ding so traumhaft sind sie je in einem von ihnen über eine klippe gesprungen das ist das beste gefühl dass man sich vorstellen kann ich wusste es denken sie die nexus würde uns vielleicht eine zur verfügung stellen ich lege ein gutes wort für sie ein ich mag sie jetzt schon naja wie auch immer ich habe neue tag auf lager sehen sie doch einfach mal nach ob irgendetwas ihr interesse weckt aber wo ich gerade gesehen habe dass schnell gespeichert wurde es ist jetzt so dass glaube ich die schnell speicher punkte auch noch mal verbessert wurden also wir können erstmal die bergungsgüter verkaufen so jetzt haben wir hier tatsächlich initiative helme und sowas schild leistung wird erhöht können wir das vergleichen schild leistung das geht alles auf die schild leistung plus drei und plus fünf zwei sich natürlich wir können es nicht vergleichen das ist ein bisschen doof vielleicht hier kann das hier vergleichen das ist wirklich nicht nur nicht so doll gemacht mit diesem interface hier das hier ist nicht die allianz sparen sie sich die formalitäten nennen sie mich einfach weiter tut mir leid alte gewohnheiten sind schwer abzulegen solange captain blake ihre befehle brüllt wie ein militär ausbilder captain blake das ist natürlich kein offizieller rang sie hat diesen spitznamen bekommen weil sie den laden hier führt wie ein allianz lager aber ich quatsche schon wieder viel zu viel sie brauchen bestimmt nachschub zeigen sie mal was sie haben was immer sie brauchen ich habe es ein rox flüssigkeitsbeutel okay hatten wir uns noch das hat der andere ja okay gut ich schaue mal gerade falsch wie sieht es denn hier aus und kann ich denn meine panzerung anschauen die ich an habe so wir haben an die weltraumforscherkanzerung ganz genau so und die kann fünf waffen schaden 15 begegnen wer soll man hat mehr ep damit und diesen ganzen kram hier gut den können wir zerlegen tatsächlich das können wir mal machen genau diese dinge davon haben wir auch tausende die angare sind halt techniker und was sieht so mit den waffen aus ja gut da kümmere ich mich später mal drum so wie rufe ich die jetzt noch mal so nicht so auch nicht so auch nicht ihr sollt mit kommt ihr jetzt wieder oder bleibt da hinten stehen wir beruf ich sie denn noch mal ich weiß es nicht egal werden schon irgendwann mitkommen so ist da hinten noch irgendwas da ist auf jeden fall die tempest da ist noch so ein abflugpunkt ich glaube das war es tatsächlich hier schon dann steigen wir noch mal ins nomad ein und schauen wir auf die karte hier ist noch irgendwas empfänger auf volt aufstellen okay das müsste ja hier irgendwo direkt sein in den tempest wollen wir aber noch nicht da will ich noch nicht rein hier hinten ist danach punkt gut da können wir uns auch direkt hin teleportieren lassen und dann zur eishöhle fahren da machen wir doch doch mal so ich registriere temperaturen unter dem normalwert ja das wundert mich nicht das ist tief das ist tief hier ist aber noch beryllium kommt da bis wir hier irgendwo ja 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 oh halt 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 schnell kann man doch hier vielleicht jetzt mal uns ein bisschen runter rollen lassen okay das hier sieht mir nach nach punkt aus hier haben die daten uns geschickt die augen nach prias leuten offen so hier finden wir schon mal leichen ist natürlich nicht so dolle den wir ihnen nicht scannen können eigentlich müssen wir es aber hallo gut vielleicht müssen wir erstmal das kennen diagnose motorschaden hochgeschwindigkeitsaufprall brandschäden relikt distanz waffen auch auch stromschlag fahrzeug aufprall todesursachen und mann wieso können wir den wieder nicht scannen ganz ehrlich was ist denn das für eine beschissene scheiße im Ah, nee, ey. Innere Verletzungen, Distanzwaffe. Also offensichtlich sind die alle tot. Distanzbeschufts von einer Reliktwaffe. Oh, der ist auch noch tot. Innere Verletzungen vom Fahrzeugaufprall. Sind die da drangefahren? Und dann wurden sie von so einem Relikt getötet. Ja gut, ich kann ihnen nicht scannen. Egal, was ich tue. Ach, fickt doch einfach die Henne. Sowas ist doch... Okay, nicht aufregen. Wir nähern uns der Probenstätte. Die seismische Aktivität scheint ungewöhnlich, aber wir müssen noch viel über diesen Planeten lernen. Wir kommen ins Tal. Das erscheint mir nicht normal, Bryn. Ist das auch wirklich sicher? Wir sind an mehreren Irocs vorbeigekommen, aber sie laufen alle vom Tal weg. Das gefällt mir nicht. Mesken, drehen wir um. Die Beben werden schlimmer. So eine seismische Aktivität habe ich noch nie gesehen. Wir nähern uns dem... Was zum Teufel ist das? Mesken, drehen Sie um. Los, los! Oliver ist getroffen. Das Ding schießt durch den Rumpf. Schneller, schneller! Oh Gott, Oliver schafft es nicht. Fahren Sie weiter. Wir müssen zurück zum... Pathfinder. An dieses Log wurde ein NAV-Punkt angehängt. Ich habe die Koordinaten auf ihr Gerät hochgeladen. Soll ich Priya informieren, dass wir ihre Leute gefunden haben? Nein. Erst wenn wir ausgeschaltet haben, was immer das getan hat. Gut, dann machen wir das. Dem geplanten Weg der Wissenschaftler folgen. Ich vermute, dass wir es mit irgendeinem ziemlich hässlichen Viehgleich zu tun kriegen. In diese Richtung. Und zwar einem ziemlich monströsen Relikt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, das ist auch der Richt... What the fuck? Den schaffe ich ja im Leben nicht. Den schaffe ich ja im Leben nicht. So, wir machen auf jeden Fall mal einen Speicherpunkt hier. Und dann schauen wir uns das Ding mal aus der Nähe an. Ich glaube, das geht übelst schief, wenn ich ehrlich bin. Verledigen wir diese. Er wird seinem Namen wirklich gerecht. Hat er diese ganze... Äh, Dings hier zerlegt? Diese ganze Cat-Basis? Wie lange muss ich denn da hinfahren? Ich denke mal, das hier soll sozusagen der Kampfpunkt dann sein. Oh, fuck. Ich trau mich gar nicht hin, wenn ich ehrlich... Oh, Gott. Oh, shit. Okay, wir müssen auf die Beine... Was sind denn da Beine bei dem? Ich sehe keine Beine, wenn ich ehrlich bin. Oh, shit. Super. 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 Das funktioniert schon super. Okay, da können wir auf keinen Fall bleiben. So, das funktioniert schon mal gar nicht, was ich hier gerade vorhatte. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Verstärkung? Ach, oh, im Ernst? Oh, nee. Ich glaube, das können wir uns echt schon mal sparen. Ja. Den können wir uns echt sparen. Erstmal. Das habe ich mir aber fast gedacht, so wie der aussah. Da müsste ich jetzt erstmal noch an meinen Waffen fallen. An meiner Rüstung fallen. Also da traue ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht hin. Das können wir echt voll vergessen gerade. Ich bin ja nicht mal hingekommen. Also da muss man ja irgendwie schon einen Trick haben, dass man da es überlebt, überhaupt an ihn ranzukommen. Okay, aber auf jeden Fall wissen wir, was diese Wissenschaftler hier getötet hat. Und das mache ich dann erstmal, wenn wir bald wieder auf The Tempest waren. Ich kann es kaum erwarten, diesen Architekten zur Strecke zu bringen. Ja, ich auch, aber das werden wir jetzt so noch nicht schaffen, Leute. Das können wir erstmal vergessen. Da müssen wir uns echt mal neu formieren. Und erstmal schauen, wie wir überhaupt da an die Beine rankommen. Ich habe nicht mal Beine gesehen. Ich habe den ja nur rumfliegen sehen. So, hier ist noch irgendwas. Mal wieder ein Cat-Gebäude. Die sind wahrscheinlich wieder da drin. Oh, einer lebt noch. Wo? Ah, der hat sich mal wieder unsichtbar gemacht, dieser Sch... ...kater. So, jetzt ist er, glaube ich, tot. Das war's schon. Gegen eine Biotik im Gebäude kann man eben nicht sehr viel machen. Oh, warte mal. Hier ist so ein... Hier ist, glaube ich, noch ein Behälter. Ja. Weitere Cat-Panzerung. Ach, ich würde einfach mal gerne was für Biotika finden. Das ist doch blöde. Wahrscheinlich muss ich mir das echt irgendwie selber zusammenbauen. Sonst hat das keinen Sinn. Gut, das war's, glaube ich, schon. Ich registriere einen Temperaturabfall. Nee, war's, glaube ich, echt nicht. Mal wieder mal ein Cat-verseuchtes Gebäude killieren. So. Gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum... Ah ja, wir sehen auch schon, dass das Schild abgeschaltet ist. Das soll sich ja um eine Eishöhle handeln. Ich dachte ja, es wäre der Eingang zum Reliktgewölbe, aber das ist es nicht. Zumindest hoffe ich... Das ist ein Reliktseil. Die sollten wir uns ansehen. Die? Für qua? Oh, oh, oh. Gut, komm. Dann halt. Und Schlüsselung abgeschlossen. Die Cat-Geräte haben Daten an einen Board of Road übermittelt. Ich aktualisiere ihr System mit dem entsprechenden Lasspunkt. Gute Arbeit, Sam. Okay, das... Es war jetzt doch gut, dass wir da hingefahren sind. Das war nämlich diese Nebenmission, die wir die ganze Zeit noch haben, wo wir diese Sender da zerstören sollten. Das war jetzt offensichtlich das Letzte. Gut, jetzt fahren wir mal da hin. Ich hoffe wirklich, dass das gespeichert hat, dass wir hier ja schon gegen die ganzen Cat gekämpft haben. Dass wir das jetzt nicht nochmal machen müssen. Oh, hier ist... Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ohne den Schild müssen wir nur kurz feucht durchwischen. Wenn du das sagst. Wir wissen ja noch gar nicht, was uns hier erwartet. Gut, es scheinen aber wirklich keine Cat mehr hier zu sein. Also es scheint sich... Wenigstens das hat funktioniert. So, jetzt müssen wir nur den... Ah, okay, da ist der Eingang in die Eishöhle. Wir drehen mal hier unser Nomad um. Und gucken mal, wie weit wir hier in die Höhle reinfahren können. Mit dem Nomad. Langsam. Gut, vielleicht steigen wir hier doch lieber aus. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu unsicher. So, können wir da drüben irgendwie irgendwo rein? Tatsache. Wir zücken mal lieber unsere Waffe. Vielleicht sind hier innen ja noch Cat. Hier ist auf jeden Fall Iridium. Ich freue mich, was die hier... Lebenserhaltungssystem ist etwa 100%ig. Haben die hier irgendwas abgebaut? Haben wir schon gehört, sie hätten irgendwelche Geräusche gehört? Und wir haben ja von dem Angara dieses, ähm... Da hinten sind Cat. Diese, äh, ja... Wie nennt sich's dann? Diese Geschichte. Dieses Märchen über die Eispoiler oder Eis... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Diese... Eigentlich sind das nur irgendwelche Kindergeschichten. Aber ich glaube nicht, dass es dabei bleibt, dass es Kindergeschichten sind. So. So. Im Übrigen... Äh, oh Gott. Zielen. Im Übrigen habe ich jetzt gelernt, dass ich, wenn ich Gegner, glaube ich, töte, meine Schilde regenerieren. Das ist immer dieses... Äh, ja, dieses... Dieser Kreis, dieser Blaue, der hier um mich rum aufgeht. Wow. Ich habe, glaube ich, gelesen, oder es hat mir jemand erzählt, dass es auf jedem Planeten so eine Art End-Boss, in Anführungsstrichen, gibt. Und ich denke mal, dass der Architekt dieser End-Boss hier auf Bolt zumindest darstellt. Aber wie gesagt, ich glaube, in unserer jetzigen Verfassung können wir da nicht hin. Vielleicht können wir das auch erst im späteren Verlauf des Spiels wirklich schaffen. Also ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall nach einem Besuch auf der Tempest nochmal versuchen. Denn das lasse ich mir nicht gefallen eigentlich, dass ich da nicht zurechtgekommen bin. So. Okay. Hier haben wir den Eingang der Höhe. Ziemlich schwere Bergbaugerätschaften und Sprengstoff. Die Cat wollten sich den Weg zu etwas hier drin freisprengen. Oha. Seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wolltet? Wir füllen! Aber... Ah! 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 Sind relativ wenig Cat hier noch übrig. Wir haben keinen Witz gemacht. Eine gefrorene Stadt. Sam, wissen wir, wie lange dieser Ort schon im Eis gefangen ist? Die Forscher der Angara vermuten mehr als 500 Jahre als Ergebnis des Geißelvorfalls. Die Theorie habe ich auch gehört. Mhm. Und waren das Angara, die hier gelebt haben, ursprünglich? Mhm. Wo denn? Da unten. Ich registriere Temperaturen unter dem normalen Wert. Wir sind nicht allein. Ich glaube, das war's. Stern-E-Ausgrabungsstätte. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. So, so viel zu meiner Theorie, dass Sam nicht mehr so viel quatscht. Er quatscht noch genauso viel wie vorher. Okay. So, wo müssen wir denn hin? Wir sind eigentlich da, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Komm, müssen wir scannen vielleicht? Nee. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100 Prozent. Wir gehen mal in diese Richtung. Hier werden wir hinten rumgekommen sozusagen, oder? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich weiß es nicht. Nee, hier geht's auch rein. Gut, dann gehen wir mal einfach irgendwie hier so ein bisschen... Hier geht's auf keinen... Ah, da sind noch mehr Kett. Das ist ja ein ziemliches Sabir-Rund hier. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Wo denn? Da. Oh. Die haben da wieder irgendwas gefangen. Ach, das ist gar nicht mehr. Doch. Das machen wir natürlich. Oh. Umgebungstemperaturen innerhalb des Toleranzbereichs. Gut, okay. Das heißt, die haben hier wieder Angara gefangen genommen. Und hier gehalten. Warum, wissen wir aber noch nicht. Aber das finden wir hoffentlich im nächsten Part raus. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. Ciao.